Der Winter ist eine besondere Zeit für Autofahrer. Wer sein Auto nachts draußen parkt, muss es morgen oft von einer Eisschicht oder auch von Schnee befreien. Das Wochenspiegel-Videoteam hat die vier wichtigsten Tipps für Autofahrer ausprobiert. Tipp 1. Befreien Sie Ihr Auto von sämtlichem Schnee. Dieser behindert sonst nicht nur Ihre Sicht, sondern auch die der anderen Autofahrer. Tipp 2. Wenn es morgens mal schnell gehen muss, nutzen Sie Enteisungsspray. Das spart Zeit und Kraft. Tipp 3. Verwenden Sie unbedingt Frostschutzmittel, damit die freie Sicht auch bei Niederschlag bei niedrigen Temperaturen jederzeit gewährleistet ist. Tipp 4. Kontrollieren Sie vor Winteranbruch die Autobatterie, denn diese ist im Winter besonders gefordert. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt durch den Winter.